Kapitel 31 Zu den Füßen des Meisters Damit sind wir am Ende des Buches angelangt. Abschließend ist es mir überaus wichtig zu betonen, dass alles, was als argumentative Kette in diesem Buch entwickelt wurde, seinen Ausgang in Johannes 3 nahm, nämlich zu den Füßen Jesu. Nur weil wir ihm zugehört haben und so das Geheimnis der Wiedergeburt zusätzlich im Alten Testament verorten konnten, konnten wir unter anderem über Jesaja 7, die Daniel-Texte, die Endzeitreden Jesu und die Offenbarung die argumentative Kette bis hierher führen. Dem, was Jesus Christus sagt, genau zuzuhören und dem, was er in seinem Wort festgelegt hat, zu folgen, hat oberste Priorität. Die Kenntnis prophetischer Zusammenhänge für die Endzeit speist sich also nicht in erster Linie durch das intensive Bibelstudium der Offenbarung oder Daniels, sondern durch das genaue Hören auf die Worte Jesu Christi. Es wird also einmal mehr die über die Maßen große Bedeutungstiefe der Heiligen Schrift sichtbar. Und es wird deutlich, dass alle Aussagen, die wir für die Endzeit treffen, bereits im Alten Testament vorhanden sind, aus diesem heraus entwickelt und immer wieder mit ihm abgestimmt werden müssen. Das ist für die Auslegung sehr, sehr wichtig, denn es bewahrt davor, für die Endzeit Vermutungen anzustellen, die weder im Alten noch im Neuen Testament belegbar sind. Das gilt unter anderem auch für die Rom-Theorie, die in die Bibel hineingetragen wurde, weil man zwar Daniel gelesen, aber wichtige Passagen Daniels und den Rest des Alten Testaments sträflich ignoriert und vernachlässigt hat. Zudem betrachten bisherige Auslegungen die Endzeitereignisse isoliert voneinander, stellen sie aber nicht in Beziehung zueinander. Die hier vertretene Sicht ermöglicht es hingegen, sie in einem inneren Zusammenhang zu sehen und die dynamische Abfolge der Endzeitereignisse in deren gegenseitig engen Bezügen aufzuzeigen. Das ist meines Erachtens das wichtigste Ergebnis der vorliegenden Arbeit. Die Sichtweise, die hier vertreten wird, versucht sich sklavisch an die Vorgaben des Alten Testaments zu halten und deren Zusammenhang zu neutestamentlichen Aussagen herzustellen. Dabei ist Daniel eigentlich einer der jüngsten Texte, die uns für unsere Auslegung der Zukunft Israels und der Prophetie zur Verfügung stehen, wie oben deutlich wurde. Weil dabei der Bezug zum Alten Testament nicht vernachlässigt werden soll, sondern als äußerst wichtig erachtet wird, entsteht ein homogenes Bild, das seinen Ausgang bereits in 4. Mose nimmt und über Joshua, Jesaja, Zacharja und Misha zu Joel und Daniel führt und von dort aus in die Evangelien zu den Endzeitreden Jesu und schließlich in den Texten der Offenbarung endet. Damit behaupte ich für die Endzeitentwicklung in Gottes Heilsgeschichte gar nichts Neues, sondern lediglich das, was ohnehin schon im Alten Testament, also im Wort Gottes geschrieben steht. Ich ziehe lediglich auf eine neue und biblisch begründete Weise die Verbindungslinien zwischen den einschlägigen Stellen des Alten Testaments und den Lehraussagen des Neuen Testaments. Damit fußen sie dann auch vollständig auf dem Boden der Heiligen Schrift und nicht auf menschlichen Annahmen und Vermutungen. All diese Dinge, die ja doch sehr detailliert in endzeitliche Vorgänge hineinschauen, sind allein den Worten Jesu Christi zu verdanken, die er in seinem ewigen Wort festgelegt hat und die es unbedingt zu beachten gilt. Was für ein großartiges Wort und was für ein Schatz für alle, die an Jesus Christus glauben. Soli Deo Gloria Römer 11, Vers 33 folgende O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wiedervergolden? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen.